Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an einem Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Space Hulk's Deathwing. Und ja, ich habe mich ja in der letzten Folge eben zurück teleportiert und sein neuer Mann ist wieder da. Wir haben neue Medipacks und es läuft weiter. So, wir haben da oben das Maschinending kaputt gemacht und jetzt kommen wir zum Nest. Ich bin schon, wir sind auch alle drauf. Eieieiei. Okay. Ich hoffe du kommst klar ein. Wir müssen da rein. Locking System running, alles klar. Das war schnell hier. Alles okay noch bei meinen Kollegen? Alles okay bis jetzt. Nachladen. Wir haben einen Flammenwerfer gekriegt. Schwerer Flammenwerfer, Alter. Ist ja geil. Okay. Affirmative, Brother Repistol Array. Place an Augur Primus at the attached coordinates. Place the data transmitter. It will send information about nearby defense and energy systems to Grandmaster Baliel, so that he can triangulate the location of the ancient ship. Okay. Will ich denn von hier aus da hin? Können wir mal eben. Glaube nämlich fast nicht. Oh doch. Das ist so nice. Alles klar. Okay. Jetzt hier lang. Ich hätte da nicht damit gerechnet, dass Oh, da habe ich eine Bombe. Da kommen wir auch. So ein bisschen. Time lag. Da haben wir nun nicht mehr damit rechnen, stehen sie da. Wir hatten Hunger im Schaum. Mal hier. Ich frage, ob wir hier ein paar Gegenstände Relikt oder sowas finden. Scheißabgegen wäre dabei. Finden wir hier was? Sowieso auch schau. Nicht? Ne, schade. Ne. Fehler. Lauf nochmal da lang. Kann man es kaputt machen? Ne. Ne. Das wäre ja zu cool gewesen. Ey. Gut, im Grunde ist es jetzt egal, wo lang wir laufen. Schauen wir mal hier lang. Wir müssen irgendwas platzieren. Na klar. Wieso mal wieder nicht da hinkommen? Das heißt, ne, wir müssen andere Seite, wir müssen da lang. Wir müssen nachladen, ey. Gut. Hier hoch. Dann ist gleich da vorne wieder rechts. Hier. So. Ja, hier waren wir ja schon mal, ne. Sind aber auch gleich schon da. Okay, ich dachte, da kommt was auf den Zug. Nichts. Och. Auch ein Fahrrad, ja. Okay Kinder, jetzt weinst du erstmal mich. Der wird immer noch als tot angezeigt. Warum wird er den noch als tot angezeigt? Ah, was ne scheiß Bug. Naja gut. Und der? Was denn? Ist hier drin? Ich hab hier mal die Füße. Hier schon mal nicht mehr rein können. Geh mir doch nicht hin. Weg rum. Los! Dieses Arsch. Ich glaub wir müssen nach unten. Müssen wir erstmal auf jeden Fall weiter nach unten um das Ding hier zu finden. Da unten ist es passiert. Für den Imperator. Boah. Ey, was machst du denn her? Er hat hier mal jemand aus der Ecke gelutscht. So. Kapau. Ey, hier müssen wir es platzieren. Es platziert. Oh nein. Wie kommt hier wieder so ne Berechnung ey. Aber die Berechnung läuft schneller. Oh, ich muss mich grad ziehen. Oah. Eine Sputze, mein Sohn. Danke schön. Dankeschön. Ok. Und wo kommen die? Was ist das denn, was ist das denn? Was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn? Was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn? Öffert es denn, was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn? So, weiter geht's. Ich müsste meine Kollegen wieder leben. Alles, ja. Wunderbar. Ich muss hier aber mal eben was nachschauen. Der kann nur den oberen da nicht rein. Alles klar. Okay, los, wir müssen zum Evakuierungspunkt. Oh, was haben wir hier? Wir sollten das Relikt gefunden. Nice. Wollen wir da durch rein? Ach, da kamen wir. Äh, scheiße. Wir müssen nach oben. Wie ich jetzt erstmal wieder behaupten. Ja, noch ein höher. Erstmal wieder die Ausdauer ein bisschen auffüllen. Aber sieht bis jetzt sehr gut aus. Ecke, haltet ihr, haltet ihr Rücken frei. Was macht denn hier mitten eine Wand hin? Lockiert? Machen wir jetzt. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ich weiß noch nicht wie. Oder warte. Wir probieren mal eben was anderes, bevor wir... Wir brauchen gar nicht hängen. So, 200 Meter noch. Dann sind wir da. Das war sein Kollege Schnüschel. Oh, da steht er wieder mit seinem Raketenwerber. So, jetzt haben wir das. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen hier. Was für Headshots, ey. Das ist gut, dass die den Zoom-Modus so leuchten. Aber erstmal wenigstens waren die Fotos, oder nicht? Ich schaff mir das, ey. Was kommt jetzt? Das hier piept, gefällt mir gar nicht. Das hier piept, gefällt mir gar nicht. Nachladen. Wir haben es geschafft. Oh, Energie-Clone. Oh, fast voll perfekt, ey. Oh, wir sind Level gestiegen. Jetzt kann ich hier wieder einen reinsetzen. Jetzt haben wir 10% Rüstung. Der hat er von Felken 30% verringert. So läuft das doch. Was ist das, wenn ihr wollt? Wenn ihr wollt, noch... To counter our operation, Gene-Steeler-Human-Hybrids attempted to propel a part of the Space Hulk into a gravity well. After a difficult battle, we defeated them. And we destroyed many nests that were supplying the enemy with constant reinforcements. As the aliens fell before our assaults, we gathered more precise information about the location of the ancient ship from Lost Calibre. We drew much eier from the Xenos, but matched it with our righteous hate and thrust towards the ancient signal like a blade into the heart of our foes. Oh, yeah. So, wir können das Leiden jetzt hier mal beenden. Freue ich mich auf Weihnachten auf die neue Festplatte, Leute, ey. Ohne Witz. Komm schon. Zum Kotzen. Hallo, ey. Was soll denn das jetzt hier? Weiß Fissplatte. Ist nervig, ey. Na, gut, meine lieben Leute. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. toeここ. али you. 3-2-4-9-6-8-2-4-3-6-3-5-6-5-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-4-6-6-6. wenn wir das hier mal untersteigen. So vari Elena wurde das mal bei mir,